Die Fritzschule AG hat als Technologie- und Innovationsleader über 25.000 Anlagen verkauft. Wir produzieren Standard-Schleifmaschinen und Universal-Schleifplattformen für kleine und mittelgroße Werkstücke. Die Fritzschule AG stellt Software- und Hardwarelösungen wie auch ein breites Spektrum an Dienstleistungen für Branchen wie den Maschinenformen und Werkzeugbau. Immer wichtiger wird auch die Halbleiter-Industrie für uns. Die Marke Studer verkörpert höchste Präzision, herausragende Qualität, Langlebigkeit und innovative Technologien. Diese Merkmale sind integraler Bestandteil der von uns angebotenen Maschinen und unterliegen daher einem ausgedehnten Abnahmeprozess. Wir stellen somit sicher, dass nur Produkte von höchstem Standart unsere Unternehmen verlassen dürfen. Wir nutzen verschiedene Druck- und Durchflusssensoren und Druckwächter sowie IO-Link-Master und situationsbezogene Systeme für das Condition-Monitoring. Sensoren werden eingesetzt für die Optimierung von Prozesskühlung bei Schleifanwendungen und zur Überwachung von hydraulischen Funktionen, z.B. bei Achsschmierung, aber auch für eine sicherheitsrelevante Maschinenfunktion. Die verschiedenen Komponenten, dazu gehören Sensoren und IO-Link-Master, liefern wichtige Bestwerte für den Schleifprozess stabil zu behalten und die Qualität hochzuhalten. Der Vorteil des Moneo Configure ist, dass es nicht notwendig ist, die Sensoren präventiv auszutauschen. Stattdessen haben die Mitarbeitenden die Möglichkeit, eine eingehende Analyse und Konfiguration der Sensoren vorzunehmen. Zudem lasse ich mit Moneo Configure Messwerten analysieren und direkt aufzeichnen. Seit über 20 Jahren arbeitet die Fritz Studer AG mit der IFM Schweiz zusammen und seitdem hat sich ein sehr gutes partnerschaftliches Verhältnis aufgebaut und die IFM Schweiz versucht, auf unsere hohen Standards bestmögliche Lösungen zu finden.